So, hallo meine Freunde zu einer neuen Folge Trains in World 2. Okay, danke lieber IC, äh wir befinden uns heute auf der Schnellverstricke Köln Aachen und wir stehen ja gerade im Achtner Hauptbahnhof, hier steht auch schon Köln dran. Da ist noch ein Güterzug und ein Doppelstockwagen, wir rüsten hier gerade noch den Zug auf. So, das könnt ihr ja gerade schön sehen, hier Hauptschalter ist an und den Sturmabnehmer mussten wir auch noch nehmen, da ist hier gerade der Balken hoch. Spitzenlichter für Arbeitsschutzverleuchtung ist unnötig. Ich muss jetzt noch kurz warten. Ja, da steht's, Köln Hauptbahnhof. Also wir brettern ja so gesehen, hier ist relativ langsam und dann hier mit Vollgas in Richtung Köln, das ist der Plan. Jawohl, Schließvorgang, hört sich doch gut an. So, ausschaut mit 40 km. So, jetzt mal. Aus Aachen raus. Äh, bei der PZB Blinkfahrt noch hier 70 und 85. Das ist nichts anderes wie, dass wir gerade noch überwacht werden, dass wir nicht schneller als 45 fahren. Vor allem aber gerade noch 35, hier kommt gerade ein Kollege mit seinem Talent 2, 1, 2, 3, 4-teilig. Gibt's hier im Spiel in verschiedenen Ausführungen. Die gibt's ja auch, drei Teile oder so. So, ab hier ist 100. Zug, der Einflussung. Zug, der Einflussung. Also haben wir uns aus der Geschwindigkeitsbegrenzung befreit. Warten wir noch ein kleines Stück, bis wir auch wirklich der gesamte Zug aus dem 40 Bereich raus ist. So, jetzt können wir losgehen. So. 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 Und das Signal. Sind auch ein bisschen. So, jetzt hat sich gerade die AFB aktiviert, auf deutsch nix anderes als Tempomat für den Zug. Ich bin mir nicht sicher, ob die 140 für uns zählt, ich glaube nämlich nicht, weil sonst hätt es auf der rechten Seite sein müssen, ganz genau. Ich erwarte noch 120, hier sind jetzt 140. So, ich weiß nicht, alles auf grün. Wir müssen jetzt hier jetzt noch durchschlingeln, bevor wir wirklich Stoff geben können. Das Signal ist auch grün, perfekt. Es kommt einem so viel schneller vor, als es eigentlich ist. Fehlt ein Stück Bahnsteig, auch gut. Vorsignalwiederholer, weil das gerade ist, konnte man an der grünen Leuchte über dem Vorsignal sehen. 140 wird es eine komfortablere. Reisegeschwindigkeit für Regionalzüge, beziehungsweise 160, aber hier für den ICE. Ist das vergleichsweise noch langsam? Das ist ja alles hier auf grün und ist ja dann doch schon ein gutes Stück gefahren. Ja, vollkommen chillt. Was möchtest du uns mitteilen? Ja, gut, mehr reinflöten. Mit einer Geschwindigkeit von 120 möchte uns der Zug mitteilen. Vorhin ist das auch schon. Wir fahren jetzt durch einen Bahnhof durch. Das ist doch gar was für ein Bahnhof, das ist. 111. 111. 110. einen Kilometer. Jetzt kommen wir hier in die Steilkurve rein. Die ist langsam zu befahren. Das Hauptsignal. Hier sind jetzt die 110 kmh. Das rote Signal gilt für die andere Seite, nicht für uns. Grünes Hauptsignal. Die sind die 1,5 kmh. Die sind die 1,5 kmh. Die 2,5 kmh. Die 2,5 kmh. Die 2,5 kmh. Bis jetzt ist alles noch recht langweilig. Können Sie auch in den Bahnhof durchfahren? Ischenlohe? Oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Ischenlohe ist. Habe ich, glaube ich, verlesen. Was weiß ich schon? Ich kenne die Strecke hier nicht. So langsam sind wir hier raus. Bahnübergang. Auch selten, dass ein Ischenlohe Bahnübergang fährt. So, da war gerade eine 160 kmh. Das ist schon eher, was wir sehen wollen. Genau, wir können die AFP ganz nach vorne legen auf 330, weil in Deutschland darf kein Zug ohne LZB. Das wäre das hier schneller als 160 fahren. Beziehungsweise Güterzüge sogar noch 100. Deswegen ist das hier egal. Das ist auch ein ehemaliger Bahnhof, der nicht mehr genutzt wird. Kollege Memm. Rigozug 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glaube ich. Ist zu schön, das zu zählen, wenn sich zwei Züge bei 160 treffen. Es gibt tatsächlich, jetzt wo wir den Interregio-Zug gerade sehen, die Züge sind nur so gebaut, dass sie das nur aushalten, wenn ein Zug mit 160 an ihnen vorbeifährt. Außer die neuen Interregio-Züge für die Strecke von München nach Nürnberg, für den München-Nürnberg-Express. Weil die nutzen nämlich die Neubaustrecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg, wo die ICEs mit 300 fahren. Deswegen mussten da von Skoda die Doppelstock-Garnituren extra sogar gebaut werden, dass die Türen den Druck aushalten, wenn ein ICE mit 300 an denen vorbeifährt. Das ist ganz interessant. So, so langsam, ich glaube nach dem Bahnhof hier, der jetzt kommt. Sollten wir in den Genuss einer LZB-Führung kommen, fahren wir auch einfach straight durch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, hier sind so Sicherheitsweichen, hier in den Prallbock, dass da eben nichts passiert. Die schalten sich sozusagen kurz vor der Ausfahrt auf die Hauptstrecke und danach gleich wieder zurück. Es ist bei vielen Schnellfahrstrecken so einfach als Schutzmaßnahme. Ah, ich glaube die LZB kommt jetzt hier vorne. Hier ist noch 160. Ja, hier irgendwo würde ich mal schätzen. Hier ist noch ganz normal fahren mit. 160. Falls sich jetzt welche hier in der Anzeige hier wundern, warum wir vorhin die ganze Zeit gebremst haben. Die AFB, also der Tempomat erkennt Gefälle, das auch hier angezeigt wird. Das heißt, er erkennt, wenn es bergab oder bergauf geht und bremst bzw. beschleunigt demnach den Zug. Bei zu starken Gefälle wird der Zug auch automatisch gebremst auf Strecken, wo 300 gefahren wird. Und aus Sicherheitsgründen wird der Zug dann auch gebremst, also das ist ein recht intelligenter Tempomat. Er muss nicht einfach Geschwindigkeit halten, sondern der ist recht intelligent und auch dafür gedacht, dass seitdem der Zug sicher unterwegs ist. Was ja auch wichtig ist, wenn so um die, wenn man jetzt sagt, man fährt mit zwei ICE-Zügen, wenn dann über 1000 Leute da drin hoppen. So. Ab hier ist LZB. Hat sich gerade auch angekündigt. So. Ja. Jetzt leuchtet hier das B und das Ü. Das heißt, wir sind in PZB-Führung. Äh, PZB-Führung. LZB-Führung. Entschuldigung. So. PZB-Führung. Äh, LZB-Führung. Entschuldigung. Ich würde mich da noch ein paar Mal versprechen. Ähm, heißt sozusagen, wir müssen die normalen Signale werden jetzt entweder dunkel geschickt, auf den neueren Strecken gestellt, beziehungsweise gelten nicht mehr für uns. Ja genau, jetzt sehe ich hier auch schon hochgesprungen. Auf 200. So. 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 So sollten wir dann auch relativ schnell nach Köln kommen. 250. Hier sieht man auch wieder schön, dass die Oberleitung nicht gerade verläuft, sondern immer so eine Leichtheilungsrechtsbewegung macht. Eben damit die Oberleitung nicht den Stromabnehmer durchbaut. So, jetzt wird uns hier auch schon... Hier das GIE für Gefahr angezeigt. So, der Tempomat bremst jetzt für uns. Eben weil jetzt hier in 6300 Metern eine neue Richtgeschwindigkeit ist. Aber der Zug bremst, wie man hier sehen kann, einfach automatisch mit in echt müssten wir da jetzt noch ein Bremsprofil einstellen. Das GIE leuchtet nur, damit der in echt wieder noch so ein Ton ertönt. Eben damit der Lokführer weiß, dass der Zug jetzt bremst und dass er immer aufpasst. So, jetzt ist hier die Zahl weg. Ab jetzt können wir eigentlich genau von hier und etwas detaillierteren Symbolik die Geschwindigkeit ablesen. Ist denn halt die Frage mit den Nullkammer, ob das jetzt stimmt oder ob der hier wirklich einen Halt erwartet? Dass wir irgendwo drauf fahren oder ob einfach nur 120 kmh sind oder so? Ja. Ah, nee. Tatsächlich ein gelbes Vorsignal. Ja. Also das stimmt. Ja, das stimmt. Okay. Da ist es die Frage. Ja. Einen. Klar. Drei. 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 So, wie gesagt, das gehe ich jetzt weg. Ich meine, es wird tatsächlich ein Wunderhalt erwartet. Okay, das nächste Signal ist in 4000 Metern. Können wir da rausgehen? Kann schon davor sein, wo das wieder hochgesprungen ist, dass es da auch schon so war, aber ich bin mir gerade jetzt nicht sicher, jetzt mit dem grünen Signal ist es doch mal eindeutiger. Ja, das wäre sogar 2,50. Laut spielen. Oh, es ist weiter ab und hier. Ja, vor uns fährt ein Zug. Das wird der Grund sein. Das springt jetzt hier mal so mit, mit unserem vorhergehenden Zug. Das springt jetzt mit ihm immer mit. Jetzt wird es gleich wieder hochgehen. Außer es ist wirklich was. Ne, geht wieder hoch. Ich gehe einfach mal wirklich stark davon aus, dass vor uns was ist, auf das wir aufgefahren sind. Wir fahren jetzt einfach sozusagen als Zugmanager würde ich es jetzt fast schon nennen. Gucken einfach. Ich dachte mir hier der Zug beschleunigt jetzt gerade. Jetzt geht er wieder runter. Kann jetzt aber natürlich auch gut sein, dass jetzt hier vor Köln. Genau. Das ist jetzt hier einfach die LZB zu Ende ist. Das ist jetzt hier einfach die LZB zu Ende ist. Das ist jetzt hier einfach die LZB zu Ende ist. Das ist jetzt hier einfach die LZB zu Ende ist. Ja, da findest du noch ein Signal. Ja, da findest du noch ein Signal. Ja, jetzt kommt wieder die Fahrterlaubnis. Ja, da findest du noch ein Signal. Ja, aber immer noch mit LZB. Ja, da findest du noch ein Signal. 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 Ja, wie gesagt, das Ende heißt einfach nur, dass die LZB jetzt gleich weg ist. So. So. Kurz die AFB ausgemacht. Wir warten eine langsamen Fahrt. So. So. 1000 Hz Überwachung aktiv. Ich bin mir grad nicht so ganz sicher, aber ich glaube ja genau. 2. Ich glaube ein 2. 2. 2. 3. 5. Das war's für heute. Die ganzen roten Lichter. So, na dann. Sind wir in Köln? Na, vier Minuten Verspätung. Ich kann auch schon nicht einsteigen, weil unsere ICE ginge nur nach Köln. Und das ganze langsam fahren nur wegen dem Kollegen hier. Hier vor uns gefahren ist. So, AFB aus. Vorne wären auch schon die Hohenzollernbrücke. Okay, das war's. Ja. Ups, ne der Regler der ist bisschen komisch, der ist nämlich spiegelverkehrt. Aber der Talent 2 hier ist deutlich anders wie der bei Nahverkehr Dresden, der ist... ...Zugzielanzeige sieht da nicht so schick aus. Ah, jetzt sitzt auf einmal einer dran. Okay. Es mich freuen würde, wenn's irgendwann mal die, äh, dann noch die Schnellfahrstrecke von, äh, Köln nach Frankfurt geben würde über, äh, Monte Bauer und Frankfurt Flughafen, könnte man nämlich sogar 300 fahren und vielleicht könnte man ja dann die zwei Strecken hier verbinden, dass man sagt, äh, du kannst von Aachen nach Frankfurt fahren. Hier, ja, vier Minuten. Ah, ich seh grad hier mit der AFB-Bremsung, die ist manchmal ein bisschen zu schnell. Aber keine Zwangsbremsung, das ist gut. Fast 70 Kilometer. Ja. Ich war ein bisschen zu schnell. Ja, es war halt schade hier mit dem Zug davor und zwar konnten wir die 250, die hier eigentlich zu fahren, gewesen wären, gar nicht auskosten. nur für ein ganz kurzes Stück. Keine direkt die Bremsung, die erste, dann hier die Ruckelfahrt und dann halt wieder da runter. Naja, schade. Egal, äh, auch wenn's nicht ganz so optimal lief, trotzdem noch die Goldmedaille geholt. Und, äh, ich hoffe es hat euch gefallen und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschö.